Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in der Öffentlichkeit vermitteln, in krassem Gegensatz zu ihrem wahren Naturell. Er ist genauso, wie er zu sein scheint. Dieses Land wartet darauf, erobert zu werden. Unsere Nation basiert auf dem Prinzip, die auf das Gesetz baut und sich weder von Prominenz noch Machthabern korrumpieren lässt. Ich will, dass Jack Kennedy Präsident wird, weil er dieses Land zu einem besseren Ort macht. Du musst uns jetzt die Wahrheit sagen. Er meint, er kann das FBI übernehmen. Hier braucht sich gerade ein schweres Problem zusammen. Sie haben unsere Familie in eine äußerst gefährliche Lage gebracht. Die Männer, die wir geheiratet haben, haben große Fähigkeiten und große Fehler. Du denkst tatsächlich, jeder kann gekauft werden? Ich warte auf den Gegenbeweis. Der steht vor dir. Sie sind die Männer, die wir uns ausgesucht haben. Hilfen Sie mir, meine Söhne zu schützen. Ich kann es nicht machen. Ich werde dich nicht verlassen, Jack. Ich werde dich nicht verlassen, Jack. Untertitelung des ZDF, 2020